Ich glaube, ja, da helfe ich mal ein bisschen. Schließlich, die Quest wollen wir erledigen. Gibt's auch Punkte. Wir legen also keine Quests. Einfach mal so ad acta. Vielleicht finden wir jetzt ja auch den Barrel. Könnte sein. So, die Benötigten sind dabei. Aktivieren kurz mal den Zauber. Wer weiß, wie uns die Elfen entgegentreten werden. Es tut mir leid. Es tut euch leid? Wegen mir? Es hätte euch treffen können. Ihr könntet das nächste Monster sein, das hilflose Mädchen bedroht. Anders, so etwas wie einen guten Geist gibt es nicht. Hat es nie gegeben. Alle Geister sind gefährlich. Mir war das klar. Es tut mir leid, dass das bei euch wohl nicht so war. Da hat's ihn jetzt mal ordentlich gedisst. Ha, auf der einen Seite hat's recht, auf der anderen nicht. Zweischneidig. Denn Gerechtigkeit war echt. Nun, das hier ist irgendwie unangenehm. Ich grüße euch, Hüterin. Ihr seht wieder absolut hinreißend aus. Bitte verzeiht, Hork. Ich heiße euch bei den Delish willkommen. Hüterin, ich brauche das Arulinholm, das alte Schnitzmesser, das Meister Elen aufbewahrt. Ich verstehe. Du willst den Illuvian wiederherstellen. Ihr müsst es nicht belegen. Ich berufe mich auf den Wir-Sullivanen. Ich werde jede Aufgabe erfüllen, die ihr mir stellt. Oh, wie schön, dass ich deine Taten noch immer missbilligen darf. Aber es ist dein Recht. Wenn du darauf bestehst, werde ich dir also eine Aufgabe stellen. Was geht hier vor? Worauf hat sich Meryl berufen? Unsere Geschichte gehört allen Delish-Kind. Und deshalb kann auch jedes Mitglied unseres Clans Anspruch auf unsere kostbarsten Relikte erheben. Ein Delish kann seinem Clan einen Dienst erweisen und dadurch ein solches Objekt in seinen Besitz bringen. Für eine gewisse Zeit. Das ist es, worauf sich Meryl berufen hat. Denn obwohl sie sich entschieden hat, nicht bei uns zu leben, so ist sie doch noch immer eine Angehörige des Volkes. Was ist ein Arulienholm? Was genau ist dieses Ding, um das wir euch bitten? Es ist ein altes Schnitzwerkzeug, das von unseren Holzbearbeitern verwendet wird und seit unzähligen Generationen weiter vererbt wurde. Es befand sich schon vor dem Fall der Deals im Besitz unseres Clans. Es ist so alt wie Alethon selbst. Könntet ihr weniger elfisch reden? Ich weiß, es ist viel verlangt, aber könntet ihr zwei vielleicht etwas weniger elfisch sein, damit der anwesende Mensch auch etwas versteht? Wir sind, was wir sind, Kind. Aber ich werde versuchen, mich ein wenig allgemein verständlicher auszudrücken. Ein Vatural hat drei unserer Jäger getötet. Er lauert in einer Höhle in den Bergen, spürt ihn auf und erschlagt ihn. Keine weitere Seele darf seinem Wüten zum Opfer fallen. Wenn ihr dies für uns tut, gebe ich euch das Arulienholm. Möge der Schreckenswolf niemals eure Witterung aufnehmen. Alright, und da haben wir auch das Ding für den... Die Höhle muss in der Nähe des Lagers sein. Ansonsten würde die Hüterin die Jäger einfach davor warnen, sich ihr zu nähern. Ja, ähm, das wird wohl die Höhle da oben sein. Und irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich hab's vergessen. Toll. Ähm, achso, ja genau, für den Kräuterkundigen. Genau, wir brauchen da einen Teil dieses Vatarells. Und Höhle entdeckt. Das Jagdgebiet. Sehr geräumig, möchte man meinen. Und sehr skelettbehaftet. Von denen mich gerade keiner angreift, was mir sehr suspekt ist. 3-2-1, ah, fast. Ist und spinne. Die Hüterin hat sie geschickt. Um 11. schaffst du die Fakke vom Bad. Das Lager wiederverlegt werden müsste. Wie hat er den Tod geschickt? Nein, ich habe noch ein bisschen. Ich bin jetzt komm und gehen, die Utrellin. Echt, was muss ich versuchten? Tja. Was werden wir da wohl sehen? Keine Ahnung. Hey. Kristallisiert. Und da sind so alle gestorben. Was haben wir da? Eine Lespen-Spille. Ganz unnäuse. Wo ist eigentlich unsere Zurkin? Ach, da neben mir. Ich könnte mal gucken, ob ich... Weil der Sound eben so niedrig war. Ne, Lautstärke von Dialogen ist sogar... ...sehr hoch. Ne, lassen wir die nochmal, so ist es. So, die hätten wir. Also hier passt der Typ definitiv nicht durch. Wir haben schon mal so einen erlegt. Der muss sich weiter hinten befinden. In irgendeinem öffentlichen Gebiet. Beziehungsweise weitläufigen und recht zugänglichen. Eine kleine Höhle, vermute ich. Wieso ist das nur geschehen? Oh, Harschal. Es tut mir so leid. Ich werde an deiner Stelle mit Ineria sprechen. Oh, Harschal. Nie gut. Wenn da dann die... ...Geliebten... ...dahin scheiden. Aurekalkum. Aber erstmal hier stehen. Ja, ich auch nicht. So, hört ihr euch mal um die Spinnen. Ich schnapp mir das Aurekalkum. Und schau noch ein bisschen auf Wutz. Wie die Wutz. Und es dauert trotzdem drei Jahrzehnte, bis die Dinger down sind. Oh, selbst eine Jagdspinne. Mal wieder eine neue Gattung. Ist anderes wie eine andere Farbe, hat sie aber nicht. Ich helfe mal lieber unseren Freunden da oben. Denn irgendwie sieht das nicht so ganz richtig aus. Darfst ruhig kämpfen, Enders. Krasse Sache mit der Jagdspinne. Die hält ordentlich aus. So. Attributspunkte. Wo drauf gehen wir denn diesmal? Lebenspunkte per se sind bei uns ja mehr als genug vorhanden. Rüstung ist auch ganz ordentlich. Tja. Weiter in die Stärke. Mach mal noch mehr Schaden. Uh, geht sogar an die 1000 ran. So könnte ich aber den kritischen Treffer schauen. Sehr gut, bringt mir aber nichts. Ausdauervorrat erhöhen. Finde ich eigentlich auch nicht so cool. Dann erhöhen wir halt eben die Stärke. Und Magieresistenz. Oder aber wir nehmen uns noch diesen Fähigkeiten an. Hi, verbibscht. Noch eins. Es gibt so viel, was ich noch nehmen könnte. Aber nein. Wir nehmen jetzt wirklich mal die Magieresistenz. Und ich glaube, ich werde da noch ein bisschen Rüstung sockeln. Denke mal, das ist eine ganz gute Sache. So, die Kleine ist ein Level ab. Dann weiter auf Magie. Und Gesundheitsregeneration. Alle vier Sekunden ein Prozent pro Gegner in der Nähe. Dann bringt ihre Verbesserung auch noch mal ein bisschen mehr. Und geh mir auf den Weg. So, Dalle. Was haben wir da? Jäger Chandan. Chandan. Gib auf dich acht, Lätherlin. Möge dich der Schwindel im Jenseits niemals finden. Wir sollten der Hüterin ihre Clan-Amulette bringen. Ihre Familien müssen wissen, dass sie tapfer gestorben sind. Noch einer? Wer auch immer sich da versteckt, sollte lieber rauskommen. Außer ihr seid ein Drache. Dann könnt ihr gerne in eurem Versteck bleiben. Hallo? Gesegnet sei an das. Ich meine die Schöpfer. Ich dachte schon, ich komme niemals hier. Meryl? Anathara, Paul. Bist du verletzt? Zurück! Was willst du von mir? Was ist denn los, Paul? Ich bin hier, um zu helfen. Zurück! Fass mich nicht an! Das ist doch nur Meryl. Selbst wenn sie es wollte, könnte Meryl euch niemals verletzen. Sie schafft es allerhöchstens, ein böses Gesicht zu machen. Sie wird Schlimmeres tun, als mich zu verletzen. Wisst ihr denn nicht, was sie ist? Oh, Schöpfer, steht mir bei! Oh, Schöpfer, steht mir bei! Bitte helft mir! Ja, sonst ist er der Nächste, der gefressen wird.